Ich bin Sitara, ich bin jetzt 15 Jahre alt, ich gehe jetzt in die 10. Schulklasse. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du für mich tust. Herzlich willkommen in der Österreich-Dorfschule in Kathmandu in Nepal. Wir haben unsere Schule 2001 gegründet. Bereits 2002 wurde ich mit dem ersten Schulfest überrascht. Mittlerweile bekommen 250 Kinder und Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen eine Chance für ihr Leben. Heute singt unsere Schülerin Puschma für uns. Sie ist ein Waisenkind aus der Kaste der Unberührbaren und lebt in unserem Internat. Hier sehen wir unsere Schulabgängerinnen 2016. Insgesamt 25 Ex-Schülerinnen der Österreich-Dorfschule besuchen bereits das College. 15 unserer Ex-Schülerinnen studieren bereits in Kathmandu und Neu-Delhi. Besonders stolz sind wir auf unseren projekteigenen Lehrbetrieb. Hier entstehen die wohl bezauberndsten Spiele-Teppich-Konzepte unserer Hemisphäre für die Kleinen und Großen dieser Welt als Alternative zu digitaler Überfrachtung und Vereinsamung. Unser gemeinnütziger österreichischer Verein hatte 2016 nur 3,6% Verwaltungskosten. Somit sind 96,4% unserer Spendung bzw. Finanzmittel zielgerecht und sparsam in Nepal eingesetzt worden. Abschließend für heute, wir freuen uns über weitere Unterstützerinnen mit Herz, Heuer Siegfried Mayer, Projektgründer und Vereinsobmann. Super! Super!